Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Megabyte Punch. Ich war ja gerade schon ein bisschen auf der Suche nach dem Level 2 und dabei ist mir etwas aufgefallen, nämlich dass man das nicht findet. Geheimnis ist an dieser Stelle, wir müssen hier mal unseren Kollegen ein bisschen weiter ausrüsten. Haben wir irgendwo doch so einen Drill gerade von unserem letzten Boss bekommen, da hat es nämlich eine Fähigkeit, die wir für den zweiten Level brauchen, um dort hinzukommen. Deswegen rüsten wir den einfach mal aus. Part Downloader 2K. Er ist hier. Attach Part. Oh, jetzt haben wir den dreimal runtergeladen. Ähm. Dann drücken wir den halt da ran. Achso. Das heißt, jetzt wenn wir Leiter drücken und dann Specialty, dann machen wir unseren... Oh. Alles. Sehr gut. So stelle ich mir das vor. Ich bleibe mir noch in die Einstellung rein. Irgendwie hat sich ja... Das hat sich nicht zurückgesetzt, aber meine Steuerungseinstellungen haben sich nämlich zurückgesetzt gehabt. Das war merkwürdig, als ich dann laufen wollte und das ging nicht. So. Gehen wir Richtung unserem Level 1. Das war ja hier oben. Da sieht man noch. Wir können uns jetzt hier angeblich... Müssten wir uns jetzt hier irgendwo durchbauen können. Nein. Also ja, leider geht gut. Level 2. Let's go. Level 2. Lost. Mega. Blocklock. Lass mir die Dinger kaputt schlagen. So wie wir das immer machen. Alter. Alter. Was ist mit dem los? Oh. Äh. Von den Dinger kriegt man Schaden nach... Oh, ist das... Oh, mein Gott. Ein bisschen heiße, aber man hat mich jetzt ein bisschen so hart erschrocken. Das ist ja gar nicht feierlich, ey. Boah, Alter. Da hat auch so ein MD-Hand, du Assi. Was ist das für ein Arschloch? Kann ich jetzt hier lang oder unten? Ne unten. Mal gucken, wo der unten ist. Hopp. Ah. Ja, man verbirgt sich. Ich habe übrigens immer noch nicht mal gefunden, wie man sich fällt. Vielleicht ist das wirklich eine Ability von irgendeiner Waffe, oder eine Waffe, die man nehmen kann oder so. So können wir jetzt den Drill eigentlich nach oben benutzen. Nein. Aha. Wow. Äh, war ganz schön gemein, muss ich mal so sagen. Ich bin einfach eiskalt gestorben. Und jetzt weiter. Oh, ein Kampf. Oh, ein Kampf. Hallo. Na? Alter Boxer. Ups. Au. Hey, da ist er kaputt gegangen. Hey. Ah. Zwei. Ging da nämlich voll ab. Achtung, was hier passiert? Ah, nix. Außer Boom. Alter. Ah, naja, ist das Spiel von der Steuerung ein bisschen, äh, die stecke ich ja mal in die Fälle ups wo Licht drin hier da haben wir noch das Zeil bekommen das gucken wir uns vielleicht irgendwann später mal an da ist nix gut na so geht das nämlich im Gegensatz des Piles geht ne wir gehen hier lang oh das hat es wieder mal gefärbt jetzt sind wir die Schuss Typen ah nein richtig haben wir den einem eingeschränkt und kurz platz platz und jetzt noch ein Punch nach oben Aua wir sind mit einem Punch nach oben und dann ist er schon kaputt dann vergeht das ey aber na sieht ganz gut noch easy peasy von der Hand ähm ups so weil es eigentlich nicht der Plan ist ich muss es so tun mal aufpassen dann wieder ups ups naja kommt wieder ein Klamm das mal rein easy peasy quats 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 quasi durchbohren alles klar dann muss man ja auch mal wissen halt ups ups culpa zumal in der wir sind auch noch... ähm von neher Richtung so ne bisschen das Smack Feeling an der Stelle. Tritt haut der Kleine uns erstmal einer. Ops. Sieht ja crazy aus. Ich hätte das Gefühl, dass man sich wieder nachdenkt, dass hier irgendwelche Bomben verstecken könnten oder so. Putz, 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 putz. Oh, ein Level Up. Ah, ein Live Up. Hm, okay, okay. Oh, das sieht aus. Oh, nein, hier, daneben. Ups. Putz. Oh, das hat nicht funktioniert. Ja, oder nicht? Jetzt hat... Oh, die Klinge noch. Ist hier nie was drin, denn. Quatsch. Oh, da war ich drin. Oh, Alter. Ich bin ganz ehrlich, das Spiel macht schon ziemlich Laune. Aber mit Controller ist es glaube ich am besten. Oh. Oh, fuck. Fuck. Wirklich, ich würde jetzt, ganz ehrlich gesagt, würde ich jetzt ganz gerne hier irgendwo klicken. Von wegen, heile mich mal ein bisschen mit dem Bits, die ich hier finde. Was für los. Oh. Oh. Und ran versteckt. Au. Oh, oh. Wir sind... Demnächst sind wir down. Oh, wir sind so gut. Bam. Oh. 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 Was jetzt mal gucken. Break into Bits. Break parts into bits. Destroy parts from blah. Ability. Swapability. Okay, return. Ah. Ich bin dreimal. Gut. Lass einfach an den liebsten Level gehen, aber so. Hup. Du, du. Hup. Du, du. Ah, den Kopf haben wir gefunden. Oh, das ist ein Stress. Alter, Alter. Oh, das ist ein Stress. Zack. 161, also dauert nicht mehr lange, dann sind wir wirklich down, down, down sind. Dann brauchen wir sicher durchkommen. Oh, jetzt war es aus. Das ist meine Lieblingsskill, wenn die Leute hier noch umfaschen. Das ist was versteckt. Gibi, gibi. Oh, was ist das denn? Immer was probieren. Jetzt statt dem Grill oder so. Einfach mal probieren. Ups. Ach, Mann. Geht gar nichts dazu. Oh, das ist heute vollkommen. Ja, das mag ich, das mag ich. Den behalte ich erst mal. Ja. Ähm. Jetzt kriege ich den nächsten Mal. Roter. Wow, Knallball. Boom, boom, boom. Wie fühlt das Ding da her? Ja, das Ding hat Unity programmiert. Vielleicht ist es nicht schlecht, vielleicht ist es scheiße. Ich kenne mich damit nicht so aus. Ich weiß ja, schon wieder etwas älter. Von daher hatten die Leute hier quasi gar keine Wahl, außer die Unity-Engine zu nehmen, wenn sie nicht eine eigene Engine bauen wollten. Irgendwie so weit in der Richtung. Doch, okay, wir machen ja das jetzt. Ups. Ne. Ja, so geht er nur. Oh, guck mal. Da ist er. Das will ich haben. Irgendwann haben wir jetzt eingesammelt. Aber das ist ja auch erst mal... Ey. Oh. Zweitens. Manchmal ist die Steuerung echt zum... Kenn. Sag ich mal. Leck mich da am Arsch. Ich geh mal hier lang. So. Hm? Böse Zwingen muss ich überhaupt nicht. Das liegt daran, dass ich mit Tastatur statt dem Controller spiele. Ups. Boah, alter fickt euch. Mach ich das halt so. Und kurz. Hätte ich gesagt kurz. Ich weiß jetzt brauchen wir hier den Drill. Sind ich scheiße. Tun wir wieder den Drill halt. Okay. Äh nein. Alter. Hä? Es ist... Es ist... Es ist... Es ist ein bisschen Feinfeeling. Hat natürlich mit dem Controller ein bisschen funktioniert. Das ist wirklich klar. Äh. Da habe ich kleine Schockis. Also ich dachte nicht so viel. Das ist ja... Real. Das ist ja Quatsch. Ah. Jetzt zeigt sich der wahre Übersicht. Oh oh oh. Fuck off. Double kill. Double kill. Immer immer der gut. Na sollen wir nach oben. Ich bin aber erstmal hier. Dann geht nicht. So. Jetzt hat sie auch schon den echten Boss. Ah, noch einer. Noch einer. Cool, Boxhandschuhe. Inventory full. Das ist mir ganz schön scheiße. Okay. Warte. Break into bits. Ender. Einmal. Krass. Oh, da fahre ich das vor. Ich hab wohl noch rund gedrückt. Ja toll. Jetzt kommen wir hier. Lass mich doch einfach hier runter. Das kann doch nicht so schwer sein. Ah, sieh an. Vielleicht könnte die mal einfach auch so kaputt hauen. Okay, dann ist ja cool. Nein, 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 nein. Attached parts. Wo ist er denn? Ah, den Wind schnittigen. Wenn ich einfach so kaputt hauen kann, dann ist das ja easy peasy lemon squeezy. Ich wusste nicht. Ich dachte, man muss da halt durchdrillen. Oh, komm, Alter. Steuern. Und ich bin echt zu zu. Oh, komm. Oh, moron. Hm? Ist drauf halt. Jetzt hat kein Bock mich mit irgendwelcher Scheiße rum zu ärgern. Kommt jetzt schon der Boss oder Stage 3? Stage 3. Okay. Prepare Oh, runter gehen Oh, was ist das denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott Zumindest haben wir es live bekommen Oh Gott Oh Wow Oh 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 Aber wieviel bekommt mein Extralabel? Auf Paulo 56 nehm ich mal an Ja ok, runter attended Ach du Scheiße, das ist ja richtig gemein gewesen. Gut, okay, dann wissen wir, wir dürfen hier nicht runterfallen. Ja, viele Jumps, danke dafür. Ähm, weg hier. Oh, da kommt einfach mal ein Gegner raus. Hi. Ich habe das gesehen. Blau. Oho, nee, das ist ja richtige Geschleuder gewesen. Boah. Jawoll, ganz schön gemein. Es gab was verschwunden, ich habe es genau gesehen. Ich. Und ich möchte ihn noch reinmachen. Und da drüben ist ja was. Wie ein Kampf, hm? Hm? Ja, guck. Ja, wir haben einen Teil eingesammelt. Keine Ahnung, was da war. Ja. Pfff. Ich bin jetzt den ganzen Weg wieder zu. Giese Kala. Joa. Ah nein, nicht da lang. Geht's nur raus. Da geht's. Da geht's. Da geht's. Was? Ja, ja, die Richtung geht's hier auch um morgen. Wollen wir noch nicht, oder? Ja. Ja, alles hier. Oh, da muss ich. Joa, keine Ahnung. Vielleicht taug ich irgendwann hier wieder mal was auf. Was für ein Pfeil oder so. Nein. Hm? Ja, jetzt 256 Bits. Die Löwen sehe ich gerade. Die sind jetzt schon bei 280. Ja. Wollen wir mal sehen. Na, nächster Kampf. Putz, putz. Und... Autsch. Putz. Oh, fand ich schon richtig. Au. Okay. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Aja, hallo. Komm her. Komm her. Oh, die Fresse. Oh, die Fresse. Was ist denn was? Ja. General. Hb. Oh, glad you could make it. I'm sorry to disappoint. I have no gift for you, village. Went to village. Does have something that I want. The hardcore. And you'll be my hostage. Bla bla. Oh, he said everything, Ted. Wow. I can't do ten gool. Probably won't do too long. Let's go. Oh I can't do its gun. Oh god. Oh, ob es klar. Ich liebe mich. Ardluchy. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist cool. Vielleicht kann ich mir normal schlagen. Ich muss nicht nur meine Fähigkeiten nutzen. Das war ja frech. Cool, dass man nichts runter kann. Das muss ich nicht. Hm. Ah, sehr gut. Ah, na und. Nein. Hier unten. Ah, das war's. Ich bin schon. Das war's der zweite Level, dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt, let's play, megabyte punch. Ja, macht's gut, bis dahin und tschau'se.